Hallo, ich bin Tim. In der Schule konnte ich mich einfach nicht entscheiden, was ich später werden soll. Sternekoch. Architekt. Schuhdesigner könnte auch was sein. Wie wär's mit Optiker? Oder doch, Rockstar. Alles nichts für mich, denn ich habe einen Job gefunden, der richtig rockt. Ein Job, bei dem ich Menschen aus verschiedensten Berufen beratend zur Seite stehe und sie bei allen Unternehmensfragen unterstütze. Mein Job ist abwechslungsreich, zukunftssicher und bietet richtig viele Karrierechancen. Jetzt ratet mal, was ich bin. Ich bin Steuerberater. Beim Sternekoch passe ich auf, dass zahlenmäßig nichts anbrennt. Beim Architekten sorge ich für ein stabiles Fundament in der Bilanz. Beim Schuhdesigner helfe ich dabei, dass der Laden richtig läuft. Und beim Optiker habe ich ein Auge auf die Buchhaltung. Und hier sorge ich dafür, dass die Show immer weiter geht. Wenn auch du Lust hast, in einem vielseitigen Jobumfeld Menschen beraten zu unterstützen und Karriere zu machen, dann werde Steuerberater. So wie ich.